Die eine Frage ist, in dem Sinne beantwortet, kann ich es besser oder schlechter, also ich kann es weder besser noch schlechter, aber es kostet weniger. Genau, richtig, ja. Wie kann ich es technisch umsetzen? Das ist die Frage, wie kannst du es umsetzen, oder? Und da ist eigentlich erstaunlich wenig Wissen notwendig. Und zwar, aus meinem ganz einfachen Grund, wenn du eine Aktie kaufst, ist das ja nicht so, wie wenn du eine Bulli kaufst, ob man sich überlegen, ist der wirklich wert, oder vielleicht muss ich es in einem anderen laden, kann ich es noch billiger kaufen, oder? Bei den Aktien hast du einen perfekten Markt. Es gibt eine Aktie, die kannst du nur an einem Ort kaufen, und alle wissen ganz genau, wo man sie kaufen kann, zu welchem Preis. Und gleichzeitig neben dir überlegen sich hunderte, wenn nicht sogar tausende professionelle Anleger, gut ausgebildete Leute, ob sie die Aktie kaufen wollen oder nicht. Und das Resultat von all den Handlungen ist der heutige Aktienpreis. Also du kannst dich eigentlich darauf verlassen, ganz anders, als wenn du in einen Laden gehst, und du musst schauen, ob der Preis stimmt oder nicht, kannst du dich eigentlich bei der Aktie darauf verlassen, der Preis ist so gut, wie er kann sein. Das heisst nicht, dass er richtig ist, weil alle können sich einreden, oder? Das sage ich jetzt nicht, aber... Du zahlst weder zu viel, noch zu wenig. Du kannst weder zu viel, noch zu wenig zahlen, aufgrund des heutigen Wissens. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Eigentlich kannst du an der Börse gar nichts falsch machen. Weil, wenn du eine Aktie ausgewählt hast, die runtergeht vom Preis, dann haben ja viele andere genau den gleichen Fehler gemacht. Profis. Also du bist nicht wirklich schlechter als der Profi. Weil der Preis hat es gegeben, und der Profi ist bereit gewesen, ihn zu zahlen. Oder es war bereit gewesen, für ihn quasi seine Aktien abzugeben. Und jetzt ist es so, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also das ist das Wichtigste eigentlich. Das Wichtigste ist eigentlich das, dass du... Dass du... Dass es wirklich einfach ist, weil wir haben ja Profis, die sicherstellen, dass die Preise stimmen. Und dass es einen einzigen Preis zu einem gewissen Zeitpunkt gibt, wo die Aktien... Ja, also es ist wirklich einfach. In dem Sinne ist es einfach. Spannende Musik Spannende Musik Spannende Musik Untertitelung des ZDF, 2020